Hallo und herzlich willkommen zu unserem Koala-Cast. Wir sind Alicia und Marcel. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind bei Folge Nummer 19 einfach schon. Also mit dem einen Spieler 20. Ja. Folge 19, ja. Es sind jetzt fast drei Monate, dass wir in Australien sind. Das ist einfach ein bisschen surreal. Ja, ich habe nicht gerechnet, tatsächlich. Naja, rechnen muss man da ja nicht. Wir sind ja im September gekommen und jetzt ist Dezember. Ja, ich hatte da keinen Überblick. Ja. Das ist besser ausgedrückt. Ja, das ist besser ausgedrückt, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, es ist echt verrückt, wie schnell die Zeit vorbeigeht, muss man schon sagen. Ja. Wir haben noch ein Jahr und drei Monate. Das ist nicht mehr viel. Ja, fast geschafft. Fast geschafft. Und wir haben bisher schon richtig viel Sachen erlebt. Haben wir. Ja, haben wir wirklich. Ja. Das hat sich so anders gemeint angehört. Ironisch. So ein bisschen. Naja, aber wir haben viel erlebt. Ja, das stimmt. Wir haben schon viel Sachen durchgemacht, sage ich mal. Ja. Ja, fangen wir direkt mal mit deinem Tierfakt an. Was hast du für ein Tier mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, das habe ich dir eben schon gesagt. Ich würde das gerne schnell abwickeln. Ja. Weil man da vielleicht nicht so gerne drüber redet. Oh, okay. Das ist aber auch was, was man direkt gesagt bekommt oder direkt die Frage gestellt bekommt, wenn Australien ins Spiel bringt. Okay. Spinnen? Ja. Ja, gut. Also Beachtung an alle Leute, die eine Phobie haben. Hört jetzt am besten nicht mehr zu. Also ich bin jetzt auch nicht wirklich ein großer Spinnenfan. Ja. Aber hier lebt die größte Spinne. Ja. Weißt du, wie groß die ist? Oder weißt du, was für eine Spinne das ist? Die Huntsman. Die Riesen-Huntsman-Spinne, ja. Also Giant Huntsman. Ja. Ähm, Riesen-Krappenspinne. Ja. Also es ist eigentlich eine Krabbe und keine Spinne. Nee. Wir nennen es lieber eine Krabbe. Die Krabbe ist sehr groß. Sie hat Krabbenbeine. Ja, wie groß ist sie denn? Äh, 50 Zentimeter? Nee. Also sie ist zwar groß, aber... 30 Zentimeter ist schon ein bisschen groß. 30 Zentimeter. Ja, sie hat also eine Spannweite von den Beinen von 25 bis 30 Zentimetern. Ja. Das ist korrekt. Und der Körper ist aber nur 3 bis 5 Zentimeter groß. Ah, okay. Weil die Beine sind halt dick und... Ja, Krabbenartig. Deswegen heißt sie auch Krabbe-Spinne. Ja, okay. Und die spinnt auch keine Netze, sondern die jagt. Ja, so wie viele Spinnen. Deswegen heißt sie Huntsman-Spinne. Ja. Und dementsprechend schnell ist die aber auch. Okay. Die kann bis zu 30 bis 40 Mal ihre Körperlänge in einer Sekunde zurücklegen. Das heißt, die rennt 1 Meter pro Sekunde ungefähr. Ja. Ein kleines Tier. Das ist nicht klein. Die rennt so schnell, wie du läufst, quasi. Das ist schon eklig. Das ist verdammt eklig. Ne, das heißt so von wegen, ich hab mir da eben ein paar Videos angeguckt, wo die Leute die Spinne fangen wollten. Okay. Nein. Hä, wie groß war die denn? Groß. Ich hab, ich kann mir das nicht vorstellen. Der hat halt so einen Eimer genommen und hat das dann fangen wollen. Und nee, die ist dann vorher weggelaufen und dann auf ihn draufgefallen. Und dann ist er fast von der Leiter gefallen und dann ist weggerannt. Ich stell mir immer so vor, als wäre das wie so ein kleiner Hund, der da so rumrennt. Und dann denke ich irgendwie auch immer an Harry Potter. Du kannst den kleinen Hund im Garten wahrscheinlich auf dem Rasen beobachten. Das ist, äh, ja. Also die sind auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und die können auch springen übrigens. Ah, lecker. Das ist toll, ja. Oh. Und die sind auch gerne in Wohnungen. Also das sind die Spinnen, die du am häufigsten wahrscheinlich in der Wohnung angriffen wirst. Okay, weil es da schön warm ist. Ja. Und gute Verstecke gibt. Oh. Ja. Deswegen gibt es die auch nur in den warmen Gefilden. Und übrigens haben wir uns wieder den perfekten Ort ausgesucht. Genauso wie mit den Quallen auch. Hier sind sie am größten. Also in Cannes zum Beispiel gibt es die auch, aber da sind sie kleiner. Hier sind sie am größten. In der Brisbane Area. Okay, das ist verrückt. Also wir haben noch keine gesehen. Nee, wir haben noch keine gesehen, Gott sei Dank. Ich brauche auch keine sehen. Ja. Also die sind auch gerne, ähm, in Autos. Ja. An der Sonnenblende. Unter der Sonnenblende. Aha. Das heißt, also ich weiß nicht, aber ab und zu, wenn ich ins Auto stecke, denke ich da schon dran. Ja. Weil ich auch schon das ein oder andere gelesen oder das ein oder andere Video gesehen habe. Ja. Denken sich ja in die kleinste Ecke. Ja. Durch die kleinste Ritze kommen die in das Auto rein. Obwohl die so groß sind, kommen die da rein und verstecken sich dann hinter der Sonnenblende. Das ist nicht so schön. Die jagen Insekten. Ja. Aber auch kleine Säugetiere. Oh, Mäuse. Ähm, es gibt auch ein Video, wo eine Spinne ein Minipossum verspeist. Oh. Oh. Größeres gebissen hat. Aber das war's dann auch. Das ist einfach ein Hund. In Spinnenform. Ja. Das ist schön. Manche Leute haben so kleine Hunde. Ja. Ja gut, 30 Zentimeter ist schon klein. Es ist klein, ja. Aber es ist halt riesig für eine Spinne. Ja, schon irgendwie eklig. Ist es die größte Spinne der Welt? Das ist die größte Spinne der Welt, ja. Mit einer anderen zusammen, die, ich weiß es nicht mehr, irgendwo anders lebt. Ich weiß gar nicht. Die heißt irgendwie anders noch. Okay. Also es gibt, die zwei sind so die größten Spinnen der Welt. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen, wenn wir ein Auto haben. Da kann ich dann nicht rein, da musst du erst rein. Ja, ich bin auch immer, also ungelogen, ich bin immer unsicher, wenn wir uns Autos ausgeliehen haben. Haben wir nicht wirklich gecheckt, ob da was ist. Nein. Aber ich habe jedes Mal dran gedacht. Aber während dem Fahren wollte ich es dann auch nicht vertreten, weil wenn da wirklich was da ist, dann haben wir ein Problem. Oh. Genau so. Die kann man ja nicht mal einsaugen. Nee. Vergiss es. Die hat der Staubsauger noch kaputt. Nicht unser guter Staubsauger. Genauso wie so oft im Tierreich kann es sein, dass das Weibchen nach dem Akt das Männchen verspeist. Oh. Ich wollte, ja gut. Also, ja. Kannibalismus gibt es da auch. Ja. Es gibt auch Fälle, wo das Männchen das Weibchen auch beschützen darf. Ah. Aber wenn das Männchen dem Weibchen dann auf die Nerven geht beim Beschützen von den Eiern etc., dann wird es halt trotzdem gefressen. Oh. Das ist interessant, würde ich behaupten. Das ist schon nicht so lecker, ne? Aber reicht jetzt auch mit dem Thema. Ich wollte das jetzt schnell abwickeln. Das war alles, was ich wusste. Die Sache ist die, ich glaube halt nicht daran, dass die existieren, weil ich es noch nicht gesehen habe. Weil du es noch nicht gesehen hast. Ja. Ich sehe immer nur Videos oder so, aber ich denke mir immer so, nee, das existiert nicht. Ja. Und das ist der Grund, warum ich nachts schlafen kann. Okay. Jetzt wirklich. Hast du das eine Video gesehen, wo die Spinne ins Auto krabbeln wollte? Nein. Ich glaube, der Christian hat mir das geschickt. Da wollte die Spinne ins Auto krabbeln, war schon so halb drin und dann kommt ein Magpie angeflogen, schnappt die Spinne und fliegt weg. Oh, zum Glück. Also wir müssen uns ein Magpie halten. Genau. Okay. Eben in Autonähe. Ja, auf jeden Fall. Halten wir uns ein Magpie. Also wir müssen denen einfach ganz viel Geschenke hinlegen bei uns im Auto. Genau, wir müssen den dressieren quasi. Ja. Und dann beschützt er das Auto. Ja. Ich habe ja eh so, bin ja gut mit so Tieren. Okay. Vogelschlüsterin. Ja, bin ich. Weißt du doch. Es fängt hier gerade ein bisschen an zu dämmern. Ich glaube, ich muss kurz an die Kamera gehen und ein bisschen hochstellen, weil es wird sehr dunkel hier drin. Dann mach heller. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Da wir das Ganze ja immer ungeschnitten machen. Lassen wir es jetzt einfach laufen und hoffen, dass es besser wird. Ja. Und das Problem war schon gelöst. Bist du zufrieden? Ja, es ist besser. Also es ist halt jetzt schon, es wird gerade dunkel und da kann man echt schwer das so einstellen, dass es perfekt passt. Aber das passt jetzt schon so. Warum wird es denn schon dunkel? Was haben wir denn heute alles gemacht? Wir haben heute eigentlich einen echt entspannten Tag gehabt. Ja. Aber eine Freundin war da, war auch wieder sehr schön. Und wir haben Pizza gemacht. Wir waren auf dem Pool. Ich habe mich wieder mal hardcore verbrannt. Du warst auf dem Pool? Man sieht so leicht. Achtung, Achtung, Achtung. Okay. Entschuldigung. Könntest du bitte aufbauen? Okay, das sieht komisch aus. Hier sieht man, ich bin rot. Sprechen wir nicht drüber, was gerade passiert ist. Naja, ich vermisse es so komisch zu sein. Du bist komisch. Ich habe einen Stream. Da bin ich immer extremst komisch. Ja. Ja. Also ihr wart am Pool, ich nicht. Genau, oben auf dem Rooftop, also auf dem Dach. Es ist bei uns ja im Pool. Und da war ich ein bisschen in der Sonne und ich habe mich eingecremt, aber ich habe manche Städte vergessen. Hupsi. Ja, also. Aber es ist nicht so schlimm. Morgen wird es schon wieder dran sein. Heute Morgen wollen wir einkaufen? Ja. Und ich habe mir einen Koala gekauft. Verstehe. Eigentlich würde ich ihn jetzt gerne holen und zeigen. Den kannst du ein anderes mal zeigen. Du warst eben schon wieder aus dem Bild, jetzt bleiben wir mal sitzen und wickeln professionell, so professionell wir es auch können, den Podcast ab. Das stimmt. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen aufgedreht gerade. Ich war den ganzen Tag voll müde und jetzt bin ich total so. Aktivität. Ja, weil ich gehe im Duschen war, schön. Ja. Und es war einfach erfrischend und es weckt einen auf. Okay. Ja, ich habe auch nicht dein Zeug benutzt, das erfrischend sein soll. Ah. Gut. Ja, auf jeden Fall gibt es hier, also jeder kennt Lindt natürlich in Deutschland. Lindt, ja, gibt es Osterhasen, es gibt die Weihnachtsmänner. Ich glaube, das sind so die Standarddinger. Und es gibt mittlerweile auch Teddys, glaube ich, in Deutschland. Kann sein. Hier gibt es Koalas. Und das finde ich total schön. Ich habe auch schon mal ein Bild auf Instagram gepostet. Mega schön. Und ich war die ganze Zeit sehr geizig, weil ich das nicht kaufen wollte. Und heute war der Tag. Acht Dollar hat der Lindt Koala gekostet. Acht oder neun? Acht Dollar. Acht, ja? Ja. Aber ich wollte unbedingt einen haben und wir werden den zusammen essen. Aber der ist auch nur... Zu klein ist der nicht. Der ist so groß wie so ein Hase. Sehr begrüßt. Wie ein kleiner. Wie ein normalgroßer. Ja, das ist schon klein. Finde ich nicht. Ja, für dich ist es klein, weil du dir die ganze Schokolade auf einmal isst. Ja, siehst du. Ja, Pizza gab es wieder. Ja. Warst du zufrieden? Ich war sehr zufrieden. Schön. Und ich hatte Zwiebeln drauf. Und das muss ich jetzt öfters machen. Ja? Finde ich geil, ja. Na super. Ja, die sind ja gebacken. Ist nicht so schlimm, Schatz. Okay. Ja, aber fangen wir vielleicht mal mit der letzten Woche an. Wir waren ja nach der letzten Aufnahme direkt am Strand und es war wieder sehr schön, oder? Finde ich. Ja. Du bist jetzt den Strand noch gar nicht thematisiert. Ich wollte nämlich gerade raussuchen, was so die Woche passiert ist. Ja. Hättest du meine Brains nicht, Schatz. Wir müssen mit dem Strand anfangen. Ja. Du hast recht. Ich sage es nicht oft, aber du hast recht. Ja, wir waren da in Burley Heads. Das ist ein bisschen unter Surfers Paradise. Und den Strand kann man auch wirklich nur empfehlen. Der ist auch tatsächlich nicht so bekannt bei den ganzen Europäern, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist eher so ein Strand, wo Australien hingehen. Da kann man richtig gut surfen gehen. Man kann richtig schön ein bisschen, ja, laufen gehen. Also ganz entspannt einen Spaziergang machen am Strand. Da gibt es so schöne Aussichtsplattformen. Man kann sich toll an den Strand legen. Es ist wirklich viel Platz. Man kann, ja, gut was essen, würde ich sagen. Und es ist einfach eine ganz entspannte, schöne Strandstadt, würde ich mal sagen. Wo wir das nächste Mal vielleicht hin müssen. Ich habe einen Tipp bekommen, dass da in der Nähe irgendwo ein Fluss ist. Ja. Der Fluss ins Meer mündet. Ja. Und da würde es wohl so eine Bucht geben, wo kaum Wellen sind und wo es so privater ist, sage ich mal, wo nicht ganz viele Leute sind. Da sollen wir das nächste Mal hingehen. Das ist auch da in der Nähe. Da war ich auch schon. Gut, dann hat sich das Thema auch wieder erledigt. Nee, da können wir gerne hingehen. Das ist auch echt schön. Als ich da war, war halt echt viel los. Okay. Und der Parkplatz ist halt nicht so groß. Das ist jetzt meine Erfahrung. Aber es ist auch mega schön. Da sind auch ein paar nette Shops in der Umgebung. Ja. Ist auch mega angenehm. Ja gut, das ist mein Parken. Musst mal eh gucken, wie das funktioniert. Das stimmt. Aber wir konnten umsonst parken am Strand. Das war auch toll. Ja. Wir mussten, also man musste alle drei Stunden umparken. Aber das ist eigentlich kein Problem. Wir hatten das letzte Mal auch kein Problem, als wir da waren. Nö. Das ist immer gut, wenn man zu zweit fährt. Also wir waren jetzt nur mit einem Auto da. Aber sollte man mal mit zwei Autos dort sein. Und man muss bei diesen kostenlosen Parkplätzen halt einfach nach ein, zwei oder drei Stunden, je nachdem, wo man parkt, muss man umparken. Ja. Und wenn man Glück hat, findet man Parkplätze nebeneinander. Dann könnte man quasi gerade switchen. Ja. Oder wenn es halt weiter weg ist, trotzdem gerade Bescheid geben dem anderen. Und dann gerade die Parkplätze tauschen. Und dann fangen die drei Stunden wieder von vorne an. Genau. So kann man sich da ein bisschen tricksen. Ja. Dass man nicht zu viel Zeit verschwendet mit Parkplatzsuchen oder ähnlichem. Ja. Aber wir hatten da auch echt Glück, ne? Ja. Wir haben eigentlich zügig was gefunden. Ich glaube, vormittags ist es immer ein bisschen schwieriger. Ja. Aber wenn es dann Mittag beziehungsweise schon fast Nachmittag wird, dann gehen die ersten Leute schon wieder. Mhm. Und dann ist auch viel mehr Platz. Ja. Also beim Umparken, dann hatten wir gar keine Probleme mehr. Ja. Da war echt viel Platz. Ja. Genau. Ja, also Burley ist auch, also Burley ist auch richtig verrückt, würde ich sagen. Es ist eine verrückte Stadt. Ja. Da sind überall irgendwie so Leute, die ein bisschen einen Knacks haben gefühlt. Ja, gut. Ich würde jetzt behaupten, positiv. Ja, auf eine positive Art und Weise. Ein positiver Knacks. Ja. Also mir ist jetzt keiner aufgefallen, der mir großartig auf die Nerven gegangen ist mit seinem Knacks. Ja. Die sind dann halt für sich. Ja. Und machen ihre Sachen. Ja. Aber, ja, also man sieht viel in dem, in dem Gebiet sieht man viel, die so Akrobatik etc. machen. Genau. Also die dann ihre Hebefiguren und Kram üben und posieren und Kram und machen und tun. Wir haben einen Rentnerverein quasi, haben wir gesehen, da sind wir vorbeigelaufen. Die hatten ihr jährliches Grillfest. Ja. Das war irgendwie so Anniversary, war da irgendein Name war dabei gestanden. Die haben wohl einmal im Jahr so ihr Treffen, das war ganz süß. Ja. Da waren da 20 Rentner oder was gesessen und mit Pavillot aufgebaut und Kram und die haben da ihr kleines Festchen gemacht. Das ist schon goldig, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann kannst du noch von deinem Erlebnisse erzählen. Und zwar ist es so, dass es da so einen Mann gibt, der hat irgendwie fünf, sechs oder sieben Hunde und was der macht ist, der fährt mit den Hunden, also er läuft, die Hunde fahren den ganzen Strand hoch und runter den ganzen Tag und die fahren auf Skateboards, die aneinander gekettet sind. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass der das den ganzen Tag mit den armen Hunden macht. Glaub mir, der macht das den ganzen Tag. Es ist doch voll der Zufall, dass wir… Dann finde ich das aber schon nicht mehr so lustig. Ja, ich hoffe, dass die halt genügend Essen und Trink bekommen zwischendrin. Okay. Auf jeden Fall war das schon süß. Also die sitzen oder stehen dann eher gesagt auf diesen Skateboards und dann fährt das so hin und her und die haben dann, also die haben wegen Weihnachten, haben die halt so Weihnachtssachen angehabt. Das war so süß. Und hat allen Merry Christmas gewöhnt. Das war auch richtig schön. Ja. Ja. Hat auch einen eigenen Kanal. Ja. Und hat am Skateboard vorne, hat er dann ein Handy, wo er das ganze streamt scheinbar oder irgendwas macht. Also kann man bestimmt irgendwie auch verfolgen oder jetzt spielst du da vorne schon wieder rum. Das Problem ist, okay, jetzt hast du es, boah, hast du es jetzt hell gefakt? Das gibt es ja gar nicht. So hell ist es ja gar nicht. Das hat er denn hier so hoch gemacht. Also tun wir so, als wäre jetzt zwei Uhr mittags. Ja, so gut ist es jetzt auch nicht, aber besser geht es jetzt auch nicht mehr. Ja. Also den kann man da auch antreffen. Ja. Man hat auf jeden Fall immer was zu sehen und immer was zu erzählen. Auf jeden Fall. Aber leider waren bei der Hitze auch viele Fliegeviecher, die uns verstochen haben, mich. Also zu mir kamen die auch schon, aber ich habe jetzt nichts Nachhaltiges von denen. Du hast da schon echt einen üblen Stich am Bein oder einen Biss. Das sieht eher aus wie ein Biss. Ja, ich habe auf jeden Fall mehrere Stiche vom Strand mitgenommen. Ja. Und irgendwie einen Biss auf Arbeit oder so. Ich weiß nicht so ganz, was es war und ist. Aber es wird besser. Also seit heute würde ich sagen, wird es besser. Das sah ein bisschen interessant aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht interessant aus. Was auch immer es war. Es ist wirklich nicht so gut. Naja. Mein Gott. Ja, wir haben. Über die Garten kommen in den Garten. Das stimmt, ja. Für den Trip haben wir uns dann wieder ein Auto gemietet, weil wir wollten unbedingt an den Strand. Und das hat aber auch sehr gut funktioniert dieses Mal. Ja. War auch ein gutes Auto. Sowas müssen wir uns auf jeden Fall zulegen. Ja. In der Größe und so. Da musst du ein bisschen schauen jetzt nach Autos. Ja. Dass wir vor Weihnachten vielleicht noch eins kriegen. Ja, schauen wir mal, wenn was Gescheites auf den Markt kommt. Ja, das wäre echt schön. Auf jeden Fall. Weil zwischen den Jahren ist ja so geplant, dass wir so ein paar Trips machen hier und da. Genau. Und da wäre das echt toll, wenn wir ein Auto hätten, ne? Ja, hilft. Ja. Definitiv. Definitiv. Weil du hast halt auch nicht viel Möglichkeiten mit Bus und Bahn hier. Genau. Also du hast zwar, ich würde jetzt mal so ein, zwei, drei Sachen sagen, die du hier mit Bus und Bahn in der näheren Umgebung abklappern kannst. Ja. Jetzt außerhalb von der Stadt natürlich. Genau. In der Stadt gibt es genug zu sehen, klar. Ja. Aber wenn man jetzt außerhalb nimmt und den Rest musst du halt einfach mit dem Auto machen, weil sich sonst nicht rentiert. Ja. Da bist du einen halben Tag unterwegs und hast dann halt einfach keine Zeit mehr für eine Strecke, die eigentlich nur eine Stunde mit dem Auto wäre. Ja. Oder auch weniger. Oder weniger. Also teilweise ist man hier in der Stadt echt viel mit Bus und Bahn und sehr lange mit Bus und Bahn unterwegs. Ja. Bis man wo da ist, also. Weil sie halt alles abdecken. Genau. Also es ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite, wenn du dann halt schnell irgendwo hin willst, ist halt auch wieder doof. Ja, wenn man mal überlegt, halt das, was wenn ja, sind das so mit dem Auto, gerade mal 13 Minuten und mit der Bahn sind es 40. Ja. Das ist halt schon extrem. Ja, weil halt alles abgedeckt wird und dann wird halt eher ein Umweg gefahren. Genau. Oder es sind halt super viele Haltestellen auch. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie ein Kilometer nichts kommt, sondern oft ist echt alle 500 Meter schon wieder eine Bushaltestelle. Ja, klar. Aber wie gesagt, es ist ja auch gut, um den Nahverkehr jetzt mal ordentlich zu gestalten. Das stimmt. Also es hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ja, das war unser Sonntag. Wir sind dann auch ganz kaputt ins Bett und dann ging es auch schon wieder zur Arbeit, gell? Ja. Das war auch eine harte Woche, fand ich. Also für mich jedenfalls, weil ich war jeden Tag lange arbeiten. Es war kein Tag, wo ich wirklich pünktlich Lust gemacht habe. Mhm. Und ich bin gerade auch am Schreiben von einer Arbeit und ich muss ja am Dienstag eigentlich abgeben. Ich habe morgen noch mein Meeting darüber, weil ich muss noch ein paar Sachen verbessern, beziehungsweise ich brauche einfach noch ein bisschen Input für manche Dinge, weil ich echt nicht wusste, was ich reinschreiben soll. Ja. Also so Ziele für in zwei Jahren, was ich machen möchte, meiner Doktorarbeit. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das jetzt hoffentlich schnell durch ist morgen. Es kann sein, dass ich morgen echt lange arbeiten muss wieder. Aber dann mache ich ein paar kurze Tage. Die habe ich mir echt verdient, oder? Also wie oft ich jetzt so lange in der Arbeit war. Ja, ständig, jeden Tag. Ja, und ich bin ja auch schon vor neun Uhr da, also ich mache mindestens eineinhalb Stunden mehr, mindestens. Und dann teilweise habe ich mich ja noch abends hier hingesetzt. Ja, aber du wusstest ja, was auf dich zukommt. Das stimmt, ja. Also es war ja von vornherein schon klar, dass so Zeiten auch mal sein können. Ja, leider. Und wieder durch musst. Ja. Ja, bei mir war es zwar auch anstrengend, aber es war... Entspannter, würde ich behaupten. Ja. Ich hatte wieder mein Monatsgespräch. Ja. Hatte ich jetzt am Donnerstag. Was auch wieder sehr positiv war, würde ich behaupten. Ähm, sind alle zufrieden. Und was auch sehr, sehr positiv für mich war, ist der Fakt, dass die noch einen Techniker suchen. Ja. Und sollte ein Techniker kommen, dann bin ich raus aus diesem ganzen Containerpacken und diese Vivi-Arbeiten, ne? Wo ich ja so unzufrieden mit war, dass ich das machen muss. Ja. Und es wird ja auch besser, dass das aufgeteilt wird. Mhm. Aber wenn dann noch ein Neuer kommt, dann bin ich raus und dann bin ich nur noch der, der einspringen muss. Voll gut. Und das wäre immens wichtig. Also ich bin jetzt so zufrieden, wie es ist eigentlich schon, ne? Weil jetzt teilen sie es auf und gucken, dass niemand zu viel macht. Also so ist gut. Ja. Völlig zufrieden. Aber, naja, ich meine, wenn ich es gar nicht mehr machen muss, ist es natürlich auch cool. Noch besser. Also da sage ich nicht nein. Genauso fange ich jetzt auch an, ein System alleine zusammenzubauen. Mhm. Also ich habe ja jetzt immer viele kleine Komponenten gemacht und jetzt muss ich wirklich von 0 bis 100 alles alleine machen, was auch cool ist. Ja. Also unser größtes System, das wir haben, muss ich jetzt ganz alleine bauen, was auch richtig cool ist. Ich werde mehr in die Arbeitsanweisungen gebracht, sage ich mal. Das heißt, die Arbeitsanweisungen werden mit mir durchgesprochen. Ja. Obwohl ich da gar nicht so in den Geräten drin bin, aber scheinbar haben sie gemerkt, dass ich das kann, diese Arbeitsanweisung. Das heißt, ich muss auch mehr mit den Arbeitsanweisungen da meinem Vorgesetzten helfen. Richtig gut. Also durchweg positiv eigentlich. Klar war es anstrengend, klar war es heiß und selbe Geschichte wie immer. Ja. Das muss ich jetzt nicht jedes Mal erwähnen und jedes Mal jammern. Da habe ich mich vollkommen mit abgefunden, aber durchweg positiv eigentlich gewesen. Mhm. Ja, und dann habe ich nach der Arbeit mit meinem Vorgesetzten Call of Duty gespielt. Ja. Was auch total komisch ist. Also mit meinem Abteilungsleiter und mit dem Produktionsleiter habe ich dann einfach Call of Duty nach der Arbeit gespielt, was total komisch ist. Ja, vielleicht heute wieder eine Runde. Ja, schauen wir mal. Wenn die on sind. Wenn der Squad dann online ist. Ja. Aber es ist doch schön, dass man auch sowas machen kann. War auf jeden Fall sehr lustig. Wir sind da irgendwie so, nebenbei habe ich das mit meinem Abteilungsleiter gesprochen, so, vor Call of Duty, dass ich das früher mal gespielt habe und bla bla bla. Und einen Tag später ruft mich der Produktionsleiter ins Büro und sagt, Marcel, wir müssen mal reden. Und du hast schon wieder mega Angst bekommen. Was muss ich machen? Muss ich Container packen? Habe ich irgendwas verkackt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Muss ich wieder irgendwo einspringen? Muss ich wieder an den Flughafen? Was ist denn jetzt schon wieder? Weißt du, ich dachte mir schon so, oh. Und der guckt dann immer so ernst. Also der bringt das vollkommen ernst rüber. Guckt mich an, wir müssen reden. Ich habe gehört, du hast Call of Duty. Ich so, was? Ja, ähm, das Squad brauchte ich. Und wir sind jetzt ein Squad und wir spielen zusammen. Heute Abend online. Ja. War auf jeden Fall ganz lustig. Und ja, das war eigentlich so meine Woche. Wir haben auch keine Reels gemacht, weil ich ehrlich gesagt das jetzt einfach mal so genossen habe, auch wenn es jetzt nicht Face-to-Face war, aber den mehr oder weniger sozialen Kontakt auch nach der Arbeit mit den Arbeitskollegen. Auf jeden Fall, ja. Das gehört auch auf jeden Fall dazu. Und ja, da hatte ich auch ehrlich gesagt einfach keine Motivation und Lust jetzt die Woche. Ja. Was halt mal passieren kann. Genau. Werden aber auch kommen wieder. Und wir haben uns da auch noch eine Kleinigkeit überlegt, was man am Schluss von den Reels noch machen kann. Ja. Dass man vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf die ganze Folge dann macht. Genau. Egal ob Spotify oder YouTube. Und ja, das war so meine Woche. Ich glaube, es ist gar nicht so viel passiert, wo ich jetzt erwähnenswert hätte. Also ich würde sagen, Freitag war schon eine wilde Sache. Da hatten wir nämlich Weihnachtsfeier. Stimmt. Dass du das vergessen hast. Ich hab alles irgendwie. Diese Woche hast du alles vergessen. Du denkst nur an Warzone und deine Kollegen. Spaß. Nee, ich bin so tiefenentspannt irgendwie. Das ist doch schön. Ich bin irgendwie so. Du bist auch so braun, gell? Du siehst in der Kamera so braun aus. Ab nochmal. Stimmt, shit. Ich hab vergessen. Sag mal bitte nicht so böse Wörter hier im Stream. Im Stream? Ey. Im Podcast. Im Podcast. Ich hab noch was ganz Wichtiges vergessen. Ja, mit dem hast du noch telefoniert? Ja, ich hab mit der alten Arbeit telefoniert. Du vergisst alles diese Woche. Ja, ich hab mit der alten Arbeit telefoniert. War richtig witzig. Also es war nicht lang. Es war 10, 15 Minuten oder so. Aber es war halt während der Arbeit. Und dann ist immer wieder ein Arbeitsgelebe vorbeigelaufen. Und er ist dann angehalten. Hat auch ins Handy geguckt. Hat Hallo gesagt. Und wie es mir geht. Und bla bla bla. War richtig, richtig schön. Also das. Krass. Hätte ich fast vergessen. Siehst du? Warum hast du mich? Wegen so Sachen. Ja. Aber war sehr, sehr schön. War sehr, sehr motivierend. War balsam für die Seele. Und alle haben dir gesagt, wie braun du doch bist. Richtig. Und es hieß auch, wie braun ich denn wäre. Also liebe, liebe Grüße an alle, die das sehen und hören aus der alten Arbeit. Die beim Telefonat dabei waren. Ja, war cool. Also es ist immer wieder schön, auch mit den alten Arbeitskollegen Kontakt zu haben. Ich schreibe ja mit ein paar Arbeitskollegen auch immer mal wieder. Ist schön. Ja. Die sich immer mal wieder melden oder wenn ich mich mal immer wieder bei denen melde. Oder einfach mal, einfach mal einen kurzen Satz von wegen, hey, ich muss jetzt gerade an dich denken, weil das und das. Ja, genau. Oder wenn jemand den Podcast hört und dann irgendwie so einen Kommentar zu irgendwas sagt. Genau, genau. Da freuen wir uns auch mal mega drüber. Also diese Kleinigkeiten. Ja. Gefällt mir. Ja. Aber jetzt eigentlich, was du eigentlich sagen wolltest. Deine Weihnachtsfeier. Ja, wir hatten Weihnachtsfeier am Freitag und das war halt bei meinem Chef, also bei meinem Professor-Chef war das zu Hause. Der auch den Podcast hört ab und zu. Der, ja, auch den Appell, ja. Was auch für mich so surreal ist, weil ich mir nur denke, oh mein Gott, ich habe doch so unnötige Probleme und weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, aber es ist schön. Es ist, es ist doch cool. Ganz ehrlich. Das stimmt, ja. Richtig cool. Und er fragt auch immer nach dir. Ja. Also jedes Mal, wenn ich ihn sehe, fragt er nach dir. Jetzt haben wir uns ja kennengelernt. Genau, ja. Ich fand es auch richtig cool, dass er mit dir dann direkt auf Deutsch gesprochen hat. Ja, ich habe mir erst schon Wörter zurechtgelegt, was ich jetzt auf Englisch sagen soll. Und auf einmal fängt er auf Deutsch an und ich musste alles, was in meinem Kopf war, musste ich auf einmal rauswerfen. Ja. Und musste das Deutsche wieder vorholen. Was soll man machen, ne? Aber, nee, fand ich cool, fand ich interessant. Hat für mich einen sehr, sehr lockeren Eindruck gemacht. Ja. Würde ich jetzt da auch. Auf jeden Fall. Ich bin da halt immer nur so sehr nervös, weil ich mir denke, oh Gott, ich bin halt noch irgendwie so, ich bin so, ich weiß nicht, ich fühle mich immer so, ich schaue halt schon so herauf, weil ich mir halt denke, krass, die Person hat so viel. Und ich bin einfach nur so nichts. Ich bin einfach so ein leerer Luftballon. Das ist ja völlig normal. Okay, leerer Luftballon klingt falsch, aber ich bin einfach noch nicht so, ja, ich habe noch nichts. Ich habe noch nichts in meiner Tasche. Ja, aber das ist ja normal. Also, ich schaue ja auch zu meinem Chef herauf. Ja. Weil, ich meine, von nichts kommt nichts. Ja. Und er ist da nicht, weil er Däumchen gedreht hat. Sondern weil er gebuckelt hat und weil er es auf dem Kasten hat. Oh ja. Aber das schüchstert mich immer sehr ein. Da bin ich immer sehr nervös und denke immer so. Ist auch nur ein Mensch. Ja, absolut. Also, jeder, der mehr erreicht hat als du in dem Moment, ist es gut, finde ich, dass du respektvoll zu ihm heraufschaust. Jetzt nicht vor Angst irgendwie bipperst, sondern einfach nur respektvoll anerkennen, was diese Person einfach erreicht hat. Ja. Und das ist aber dann auch Ansporn für einen selbst, würde ich behaupten, um da hinzukommen. Das stimmt, ja. Und es ist ein Mensch wie jeder andere auch. Mhm. Genauso, das habe ich hier irgendwie auch mehr gelernt. Genauso mit meinem, also mit dem großen Chef von mir, mit dem habe ich ja auch schon gesprochen. Mhm. Und es ist alles so auf, die Gespräche sind auf Augenhöhe. Ja, das stimmt. Aber dennoch haben, haben die Leute, finde ich, so eine Ausstrahlung, so eine respektvolle Ausstrahlung einfach. Ja. Trotzdem reden sie mit ihr auf Augenhöhe. Das stimmt, ja. Und das ist dieses gesunde Mittelmaß, finde ich. Ja. Ähm, was vielleicht, ich weiß nicht wieso, aber was, die Erfahrung habe ich in Deutschland jetzt so extrem noch nicht gemacht. Ja, irgendwie schon, das stimmt. Weil in Deutschland habe ich, habe ich bis jetzt, natürlich gibt es auch andere Menschen, ne, völlig, völlig klar. Aber ich persönlich habe es jetzt eher die Erfahrung gemacht, ich bin dein Chef. Ja. Und ich bin was Besseres als du. Ja. Und ja. Ja, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Ja. Ne, deswegen ist es für mich neu und es ist schön, sich auf Augenhöhe mit dieser Person zu unterhalten, aber trotzdem diesen, diese respektvollen Schwingungen, sage ich mal. Die sind da und man denkt sich nur so, ja. Also, mein, mein bestes Beispiel ist mein Produktionsleiter. Ja. So viel Mist, was wir erzählen. Also, wirklich wahr. Aber wenn dieser Mann den Raum betritt, hast du Respekt. Ja. Das ist, der kann, der kann, von der einen auf die anderen Sekunde, kann der dir Mist erzählen. Ja. Kann dann aber umswitchen, über die Arbeit reden und schon ist diese Respektaura wieder da. Das ist echt krass, ja. Es ist heftig, aber es ist gut. Ja, schon beeindruckend. So, so gefällt mir das. Und ja, finde ich, finde ich richtig gut, so wie es ist. Mhm. Und bei deinem Chef fand ich es, fand ich es cool, ihn so kennenzulernen. Ja. Und wie gesagt, macht für mich einen total lockeren Eindruck. Ja. Hat, hat, lässt sich gut mit ihm unterhalten, sage ich mal. Ja. Und ja. Die Weihnachtsfeier an sich war jetzt eher nix für mich. Ja. Muss ich sagen. War irgendwie ein bisschen so schulmäßig auf eine Art und Weise. Ja. Ja. Den Eindruck hatte ich nämlich einfach. Ähm, ich hatte ein gutes Gespräch, würde ich behaupten, wo wir draußen auf dem Balkon saßen, wo der Josh, glaube ich, mit dabei war. Mhm. Das war cool. Ja. Da haben wir uns über Gott und die Welt, über banale Sachen. Toast, Brot. Toast und Brot unterhalten. Ja. Ja. Weil in Australien ist Brot, Brot, ne? Und es gibt kein Toast. Also es gibt Toast. Aber es heißt Brot. Toast, Brot heißt Brot, weil es ist noch nicht getoastet. Und wenn du Toastbrot dann toastest, dann ist es Toast. Und vorher ist es Brot. Genau. Und wir Deutsche nennen es halt Toastbrot. Also wir nennen es halt, es ist halt dafür eigentlich gemacht. Und das ist ja auch so. Für uns ist es dafür gemacht, dass man es toastet. Ja, aber die Australier sagen, dass es falsch ist, weil es ist noch nicht getoastet. Also es ist noch Brot. Genau. Erst wenn es getoastet ist, ist es Toast. Darüber haben wir viel geredet. Völlig verwirrend. Aber ja, also da haben wir coole Gespräche gehabt. Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, dann haben wir gewichtelt. Aber erzähl doch. Ja, ne, erzähl du doch. Wie das Wichteln war. Ich fand es cool, dass der Partner hat, oder die Partnerin mit durfte, weil. Richtig. Richtig. Ja, das war halt einfach schön und ich fand es richtig cool, dass du da warst, weil du eigentlich auch deine eigene Weihnachtsfeier gehabt hättest. Aber genau deswegen bin ich nicht zu meiner gegangen. Ja. Ne, also ich habe mich viel, ich wollte eigentlich zu meiner Weihnachtsfeier gehen, ne, wegen Kontakte pflegen, Arbeitskollegen kennenlernen, etc. Ja. Und ich habe auch meiner Weihnachtsfeier zugesagt und dann war ich samstags mal arbeiten. Letzte Woche Samstag, klar. Genau. Habe ich auch schon letzte Woche erzählt. Ja, haben sie drüber geredet. Und dann habe ich mich mit den Leuten so unterhalten und alle haben gesagt, ja, sie gehen nicht. Ja. Die einen waren noch nie, die anderen haben gar kein Interesse und die dritten gehen nicht hin, weil der Partner nicht mit kann. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum soll ich da jetzt hin? Ja. Also mit den Büroleuten habe ich eh nichts zu tun. Ja. Mit denen, klar, kann ich da auch Kontakte aufbauen, aber mir ging es halt eher so darum, die Leute, mit denen ich täglich zu tun habe, dass ich mit denen irgendwie so auf eine Wellenlänge komme und mit denen irgendwie Kontakt aufbaue. Aber es ging halt nicht, weil niemand gekommen ist. Ja. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann kann ich es auch lassen. Ja. Ja, und bei uns war Plus Eins nicht erlaubt. Na, also ich hätte dich nicht mitnehmen können. Und bei dir war es eben erlaubt. Und dann habe ich gesagt, hey, dann gehen wir zusammen zu deiner Weihnachtsfeier. Macht dann einfach mehr Sinn. Ja. Genau. Und wir haben da auch gewichtet und ich habe dich nicht gefragt, ob du mitmachst beim Wichteln. Ich habe einfach gesagt, du machst mit. Ich musste einfach, ja. Ja. Aber es hat sich sehr gelohnt. Stimmt. Ich war am Dienstag nach der Arbeit, war echt nochmal einkaufen und ich habe so ein Gefängnis für das Handy gekauft. Ja. Und dann habe ich noch so einen kleinen Feuerlöscher gekauft, mit dem man halt so Wasser schießen kann. Also so eine Wasserpistole. Und ich fand das halt irgendwie passend, halt Chemie, Feuer und so Sicherheit. Und dann habe ich dazu auch noch ein Gedicht schreiben lassen von der KI, weil ich mir dachte, hey, ich habe jetzt keine Zeit, mir noch ein Gedicht zu überlegen. Ich habe dann einfach noch ein lustiges Gedicht rausgesucht, sage ich mal. Und dann haben wir halt gewichtet und da ist es halt so, dass jeder eine Nummer zieht. Und ich hatte natürlich den Jackpot. Ich hatte Nummer 34 von 35 Leuten. Und es ist halt so, dass jeder, also es fängt halt der Erste an, der die Nummer 1 gezogen hat und dann nimmt sich halt das Geschenk. Und wenn der das dann ausgepackt hat, dann ist es erstmal seins. Und dann kommt die Nummer 2, sucht sich ein Paket aus, macht es auf und kann dann aber tauschen mit der Person vorher. Ja. Und es ist halt so, dass halt dann die Nummer 34 im Paket aussucht, aufmacht und dann mit allen 34 vorherigen tauschen kann, wenn er es möchte. Ja. Und du hast… Ich hatte die 7. Du hattest die 7, hattest also nicht so viel Auswahl, aber hast ein mega gutes Paket ausgesucht. Ich hatte viel Paketauswahl, aber ich hatte nicht so viel Tauschauswahl. Das stimmt. Aber ich habe Steakmesser gezogen. Ja, richtig praktisch. Also, weil ich habe jetzt schon öfter hier mal einen Steg gemacht und wir haben immer geflucht, dass die Messer so Mist sind. Ja. Und dann habe ich Steakmesser gezogen. Ja. Ich habe mich dann, habe das Steakmesser allen gezeigt, also so ein Viererset war das, habe das allen gezeigt, so hier sind die Steakmesser. Ja. Habe mich dann wieder so ganz nach hinten gestellt. Ja. Und habe das dann so vor mich gehalten, vor mir standst aber du. Genau. Das heißt, das hat niemand mehr gesehen dann. Ja. Ich dachte mir so, aus den Augen, aus dem Sinn, ich hätte die Steakmesser gerne. Habe mich dann halt unauffällig verhalten. Genau. Und ich habe die Steakmesser bekommen. Ja. Also, bis zum Schluss durchgezogen. Ja. Ich war ja Nummer 34, also es gab nur noch zwei Geschenke und ich habe dann so ein richtig komisches Hundespielzeug. Ja. Es war super komisch, weil es war halt so ein längliches, komisches Spielzeug. Ja. Es war schon irgendwie falsch. Aber ich habe es dann getauscht mit einem Mini-Waffleisen. Richtig. Und das wollte ich, glaube ich, auch schon länger haben, aber ich war immer zu geizig, das zu kaufen. Ja. Obwohl es auch nur irgendwie so 15 Dollar gekostet hätte. Ja. Aber jetzt haben wir ein Waffleisen und wir haben Steakmesser und wir haben Bandagen. Und wir haben Bandagen bekommen. Ja. Also haben wir eigentlich unsere Küchenausstattung aufgebessert. Ja. Durch dieses Schrottwichteln. Ja. Perfekt, oder? Perfekt. Alles, was wir gebraucht haben, haben wir da echt bekommen. Ja. Da haben wir echt Glück gehabt. Ja. Es gab da auch echt wilde Sachen an Geschenken, ne? Ja. Also, ich glaube, ein Highlight war schon dieses, ähm… Die Nerfgun war ein Highlight. Die Nerfgun war ein Highlight, auf jeden Fall. Die, äh, hätte ich erwartet, dass die mehr rumgeht. Aber ich glaube, die Leute haben sich nicht so ganz getraut. Ja. Das ist das Coolste, dann den Leuten wieder wegzunehmen. Das stimmt, ja. Also die gingen, glaube ich, nur dreimal rum. Ja. Ich hätte mehr erwartet. Ja, das stimmt. Bei der Nerfgun. Aber ich glaube, viele waren einfach auch so zufrieden mit dem, was sie dann hatten. Ja. Ähm. Beim Regenschirm hätte ich, habe ich auch lange überlegt. Ja, Regenschirm brauchen wir auch. Ja. Aber Laura hat ja angeboten, dass ich trotzdem einkriege. Ja. Was mega nett ist. Wo ich mich auch freue. Aber wir haben immer noch keinen Regenschirm und manchmal regnet es hier extrem. Ja. Und dann laufen wir immer durch den Regen, gell? Und werden komplett nass. Aber ist halt dann so. Ja, mein Gott. Ich würde, glaube ich, nie einen Regenschirm benutzen. Ich schon. Ist dann halt einfach so. Ja. Ich bin nicht nass. Mein Gott. Bocknet auch wieder. Ja. Ja, so. Ich war auch für die Planung der Feier verantwortlich, weil ich im ersten Jahr von meinem Doktor bin. Und dann musste ich das übernehmen. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Was du mir nicht erzählt hast. Naja, ich fand es jetzt nicht so interessant. Doch. Natürlich. Warum findest du es interessant? Weil ich dachte, ich bin immer davon ausgegangen, du hast dich freiwillig gemeldet, weil du da Bock drauf hast, dass du das planst. Weißt du? Ja. Weil du mich so einschätzt, gell? Ja. Und dann waren wir so am Aufräumen. Und dann hat die Frau von deinem Chef oder Freundin von deinem Chef, ich weiß es nicht. Ja. Hat dann gefragt, warum ihr das eigentlich macht. Aufräumen. Ja. Und dann hat dein Chef gesagt, äh, First-Year-Students oder so. Ja. Also, dass ihr im ersten Jahr die Studenten seid und ihr das wirklich und das machen müsst. Ja. Ich musste so lachen. Aber. Das fand das lustig. Weil ich hab das anders gedacht, weißt du. Und dann musst du das machen. Weil ich ja auch, ich bin ja auch nochmal jemand, der sich immer für irgendwas freiwillig meldet und was plant, ne? Ja, aber das war dann schon sehr lustig in dem Moment. Also, es hat auf jeden Fall meinen Tag nochmal so ein bisschen erheitert. Naja, man muss schon sagen, dass ich ja auch echt der Typ dafür bin, um so Sachen zu planen oder sowas in die Hand zu nehmen oder zu helfen beim Aufräumen. Zu Hause mache ich das nicht so gut, aber woanders bin ich sehr gut erzogen und räume immer auf. Ja. Ich versuche alles, alles dann, ja, immer schön fragen, kann man noch helfen? Das bin ich einfach gewohnt von dem in Gastfamilienleben. Okay. Einfach direkt einbringen und fragen, ja, wie kann man denn helfen? Stell dir mal vor, du wärst jetzt hier in der Gastfamilie. Ne, das kann ich nicht. Also, hätte ja klappen können. Ne, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht bei meiner Mama und bei meinem Papa. Hätte ja klappen können. Ja, Samstag, wir haben gar nicht so lange ausgeschlafen. Dann waren wir wieder auf dem Markt, haben einen Crepe gegessen. Ich habe einen Nutella-Crepe gegessen, der total überladen war mit Nutella. Stimmt. Die hat da einen ganzen Suppenlack. Löffel Nutella draufgehaut. Ähm, du hattest einen wieder mit Speck und Käse und Ei. Ja. Ja, Yvonne hätte sich sehr über die Menge an Nutella gefreut. Da ist jemand müde. Oh, viel geschafft. Dann haben wir wieder ein bisschen Obst, Gemüse eingekauft. Und dann waren, waren wir dann noch einkaufen? Wir waren noch einkaufen. Nee, wir waren nicht einkaufen. Wir waren heute einkaufen. Ah, wir waren noch essen. Wir waren griechisch essen. Ja. Bei einem richtig tollen Restaurant. Da waren wir auch schon einmal, aber da hatten wir nicht wirklich reserviert gehabt. Und deswegen mussten wir schnell, schnell machen. Ja. Dieses Mal haben wir ganz entspannt dort essen können. Und das war wieder so lecker. Also, ja, ich muss unbedingt meinen YouTube-Büte machen zu den besten Essens-Sachen, Essens-Restaurants, bla bla bla. Ja. In Westend. Weil hier in Westend gibt es so viele tolle Restaurants. Ja. Also, wir lassen uns auch viel Zeit mit der Auswahl so mit. Ja. Mit, äh, gehen wir da jetzt wirklich hin, gehen wir da nicht hin. Ja. Und wir haben bis jetzt einmal, einmal haben wir uns Klo gegriffen. Und das war aber auch eher bei einer Bar, bei einem Touri-Spot. Ja, genau. An der Brücke. Ja. Wo wir dann auch gestern noch waren. Aber nicht zum Essen. Ja. Ja. Sondern zum Trinken und zu einem Konzert. Genau. So Live-Musik. Aber ansonsten haben wir eigentlich immer Glück gehabt mit dem Essen. Ja, also ich meine, wir waren noch bei diesen Fridays. Das war halt auch eher so eine Bar zum Trinken. Stimmt. Also man sieht eigentlich relativ schnell, ob eine Bar oder ein Restaurant eher ein Ort ist, wo man was trinkt oder was isst. Weil man muss einfach auf die Teller und Tische schauen, beziehungsweise auf die Tische. Und dann sieht man eigentlich, ob die Leute eher was trinken oder auch was essen. Ja. Und da müssen wir einfach generell ein bisschen mehr drauf achten, glaube ich. Ja. Aber wir hatten bisher schon viel Glück, ja. Genau. Genau. Gestern waren wir dann, nach dem Restaurant waren wir noch auf einem Konzert. Ja. Und das war auch irgendwie ganz lustig. Ja. Weil ich mache ja im Moment auf meinem Kanal, mache ich ja im Moment Vlogs, also so Videologs, also wie so ein Blog. Aber ich, ja. Du hast jetzt fünf Fremdwörter benutzt und hast mit einem Fremdwort, dann versuch dein Fremdwort zu erklären. Ja, aber jeder kennt doch Blogs. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern Vlogs kennen. Das ist einfach ein Video zusammen, ein Schnitt von deiner Woche. Genau, wo ich dann halt auch mal ein bisschen was erzähle, was ich gemacht habe, was wir so geplant haben und ich mache halt auch mal so ein Video von den Sachen, die wir machen. Also im Prinzip wie unser Podcast, aber ja, ich erzähle halt so meine Gefühle und… Live in der Woche quasi. Genau, live in der Woche und nehme halt auch mit per Video. Ja. Genau, und ich habe halt mir überlegt, okay, es ist halt für manche Sachen, habe ich halt dann auch immer Musik hinterlegt, damit es halt irgendwie schön ist, auch anzuschauen, so nebenbei. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre eigentlich cool, wenn ich jemanden aus Australien nehme oder halt aus Brisbane sogar, der Musik macht, weil es gibt ja echt hier mega viele Künstler, die auch nicht so bekannt sind. Ich meine, das gibt es überall. Aber hier ist halt so dieses, diese chillige, angenehme Musik halt total, gibt es halt viele Künstler. Und ich habe da dann eine Band gefunden, die heißt Love, Love, Love und von denen habe ich, ja, habe ich ein Lied rausgesucht für meinen ersten Vlog und man muss es natürlich angeben, dass man das nimmt und so, also man muss da schon ein paar Sachen machen. Und dann hat einer von der Band, hat tatsächlich unter meinem Video geschrieben, ja, mega cool, dass ich das genommen habe, das Lied und dass sie sich freuen, weil es ist für die ja auch Werbung. Und dass die am 9. Dezember einen Auftritt haben in dieser Bar und dass es auch umsonst ist und dass wir doch gerne kommen sollen und so weiter und das haben wir gemacht. Ja. Und das war auch irgendwie richtig cool. Ich meine, ich wusste nicht so genau, wie der aussieht. Ich habe zwar schon auf ihr Instagram geguckt und habe ihn auch irgendwann erkannt. Aber das stand direkt neben dir. Das war schon wild und das war richtig cool. Also es gab eine Vorband, die war jetzt nicht so ganz mein Fall. Schon cool, aber ich fand, also Love, Love, Love ist schon eine coole Band. Macht echt gute Musik. Und die haben auch Cover, Covers gespielt. Da hast du bei einem auch richtig schön mitgewerbt, gell? Ja, weil es halt Party war. Na, also Sweet Caroline ist halt, Partyfestzelt ist halt so, das wie ich dann gerne feiere. Ja. Ja. Und deswegen konnte ich da dann auch mal mitwippen. Ja. Aber ansonsten war es für mich jetzt eher okay. Ja, man muss halt, also ich fand, ja man muss halt das irgendwie mögen. Es ist ein bisschen elektronisch auch mit drin. Und ja, aber ich fand es schön, es war eigentlich ganz cool. Und ich habe dann, ich habe auch was auf meinem Instagram da hochgeladen, wenn ihr da mal reinhören wollt. Auf jeden Fall hat er mir dann auch nochmal geschrieben am nächsten Tag, also heute, dass er cool fand, dass ich da war und so. Ist schon cool. Also, ich habe schon öfters in meinem Leben so Künstler so kennengelernt, weil man halt irgendwie bei einem Event ist oder so. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool so, Leute so kennenzulernen. Ja. Also es war ein guter Abend. Ja. Die Musik war für euch beide gut. Ja. Für mich so okay. Ja. Aber der Abend an sich war lustig, war gut. Und vor allem, also die Fallon Spa, die ist riesig. Ja. Und aber hat einen mega geilen Ort, wo sie ist, weil sie ist direkt bei der Story Bridge. Ja. Man hat eine wunderschöne Aussicht, kann man nur empfehlen, da mal was trinken zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn man was an der Bar einfach holt, dann muss man nämlich auch nicht diese extra 8 Dollar zahlen. Stimmt, man zahlt nämlich extra Geld für den Ausblick. Ja, wenn man sich hinsetzt und was bestellt. Wenn man aber was bestellt und sich dann hinsetzt, dann ist es nicht so. Ja, ja. Krass. Ja. Kleiner Tipp am Rande. Ja. Und das war eigentlich unsere Woche. Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube. Also ich vergesse zwar eh alles, was diese Woche passiert ist. Ja, diese Woche, du hast ja auch Sorgen gemacht. Aber wir können niemals eine ganze Folge füllen. Jetzt haben wir immer noch nicht über das große Thema geredet, über das wir reden wollen. Ja, das machen wir irgendwann. Ja. Aber was wir jetzt mal sagen können, ist, dass nächste Woche... Ja. ...was etwas anderes passiert. Genau. Die 20. Folge, wir wollen eine kleine Überraschung mit einbauen. Ja. Ja, gut, nicht Überraschung. Also wir können das schon... Ach so, ja, dann sag du. Aber ja, wir wollen es einfach mal ausprobieren. Ja. Weil es wird ja auch mal Wochen geben, die vielleicht nicht so laufen, dass wirklich viel passiert ist. Ne? Oder dass wir auch mal eine Woche aussetzen und dann können wir irgendwas vorproduzieren. Genau. Dass ihr trotzdem Content habt für diese Woche, aber wenn wir dann vielleicht mal Urlaub machen, haben wir trotzdem eine Folge, die wir hochladen können. Ja. Machen wir nächste Folge mal mit einem Gast zusammen. Genau. Ja. Und dieser Gast kann uns dann mal erzählen, wie für sie dann so die Australienzeit ist. Ja. Oder war. Genau. War ja auch schon öfter in Australien. Ja. Und dann erkennt man das vielleicht oder dann sieht man das vielleicht nochmal von der anderen Seite. Ja. Von einer anderen Sichtweise. Andere Abenteuer, andere Erlebnisse, andere Tipps. Und darum geht es ja hauptsächlich, sage ich mal, bei uns. Auch für Tipps und Tricks. Genau. Und da hat man das vielleicht nochmal so zusammengefasst von einer anderen Person einfach, was da alles passieren kann, was sie alles durchmachen musste vielleicht. Ja. Und wird interessant. Ja. Wird dann wahrscheinlich, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber wird vielleicht dann auch ein bisschen länger gehen als eine 30 Stunde. Auf jeden Fall. Weil da werden wir dann schon ein bisschen was zu erzählen haben. Das stimmt, ja. Und genau für so Fälle machen wir das ja jetzt nur noch einmal die Woche, dass wir dann halt auch mal überziehen können. Ja. Und dann nicht so drauf achten von wegen, oh 45 Minuten, wir müssen jetzt aufhören. Ja, weil das mussten wir vorher schon machen. Ja. Ja. Ja, weil vorher mussten wir 45 Minuten machen, mussten dann aufhören, weil wir konnten nur eine bestimmte Anzahl hochladen. Wir können immer noch. Ja, genau. Genau. Na, aber dadurch, dass wir jetzt nur noch einmal die Woche machen, haben wir halt mehr Spielraum. Ja. In der Länge der Folgen. Genau. Weil zweimal die Woche müssen wir es halt wirklich auf 45 Minuten trimmen. Ja. Und da gibt es halt kein Weg drum rum. Ja. Und ja, also nächste Woche mal was anderes. Bin ich gespannt, wie das läuft, wie das ankommt. Ja, finde ich auch. Und wie viel wir zu erzählen haben. Ja, wir werden das gut vorbereiten, da bin ich mir sicher. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann war es das mit der Folge und mit der Woche, würde ich sagen. Ja, ich mache noch kurz ein bisschen Werbung. Für? Für ein neues YouTube-Video von mir, weil es ist ja bald Weihnachten und wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr verschenken sollt, ich nenne euch da 100 Sachen, die man gut verschenken kann. 100 Sachen? Ja, ich habe 100 Sachen rausgesucht. Okay. Ich habe eine Stunde lang aufgenommen und habe einfach ganz viele verschiedene Sachen rausgesucht, die man gut verschenken kann. In jedem Budget, aber auch eher günstigere Sachen, würde ich mal sagen. Also auch mehr so do-it-yourself-mäßig. Auch. Wo man, okay, finde ich bei einem besser. So selbstgemachte Sachen. Hast du mir zugehört beim Aufnehmen? Naja, ich will ja jetzt ein bisschen einfach Vorgeschmack machen. Ach so. Natürlich saß ich neben dir, aber ich will jetzt einfach ein bisschen Vorgeschmack auf die Folge machen. Ach so, okay. Du musst das Professionelle denken. Ja, das ist noch nicht so ganz da. Ja, also, nee, dann schaut da gerne vorbei. Genau. Schaut auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken vorbei. Von dir. Von uns. Genau. Lasst gerne ein Follow da hier auf YouTube. Macht euch einen Account. Lasst ein Like da. Das hilft uns. Da werden wir noch mehr Leuten angezeigt, wenn ihr das macht. Teilt gerne das Video mit allen Leuten, die ihr kennt. Und sagt, die kennen wir und die sind gerade im Ausland und die leben da auch. Und das ist interessant. Das ist cool. Also bis dann. Und? Sind wir jetzt soweit? Ja, das ist dein Einsatz, Schatz. Tschüss, bis dann. Und auf Wiederhören. Du machst es mal so. Ja. Tschüss. Vielen Dank.